Applaus, hier kommt der Gleicht, Henry Pfeiffer! Ich bin unglaublich froh, den Weltrekord geschafft zu haben. Als ich heute Morgen aufgestanden bin bei der Hitze, da habe ich gesagt, das könnte sehr, sehr schwierig werden. Und es war eine absolute Grenzerfahrung, es war ultra heiß. Ich habe geschwitzt wie ein Teufel und bin super froh, dass es so deutlich geklappt hat mit dem Rekord. Also echt tolles Erlebnis. Wir sind gerade live auf der Leinwand. Wir sind sehr gespannt. Ja, zu Knöpfen natürlich, sonst gibt es Ärger von Mutti, wie sich das gehört. Das ist natürlich der Worst Case, dass es jetzt so eine hohe Temperatur ist. Aber jetzt müssen wir durchziehen. Drei, zwei, eins! Hupen! Wir erreichen bald 39,5 Minuten. Ich möchte eben die Botschaft transportieren, dass es eben neben normalen Sponsoring auch einen Entwurf einer dualen Karriere gibt, wo eben Sportler und Firmen direkt profitieren können. Und das wollte ich eben mit der Aktion verdeutlichen und vielleicht andere Firmen ermutigen auch mit Spitzenspoiler zusammenzuarbeiten. Das war super! Das war geil! Das war geil! Das war geil! Das war geil!